Ein kurioser Marketing-Foupa von Panasonic, die EOS R5 Mark II in freier Wildbahn und endlich gibt es mal wieder neue Infos zur Nikon Z6 III. Das sind die wichtigsten Kameranews in der Woche bei Fotografix News. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren gemütlichen Ausgabe von Fotografix News. Mein Name ist Benjamin Lux und ihr müsst nichts weiter tun als euch entspannt zurücklehnen und den wichtigsten Themen aus der Welt der Digitalfotografie lauschen. Eine Bitte noch, bevor es losgeht, wenn ich so auf den Abozähler unseres YouTube-Kanals schaue, dann sehe ich, dass wir langsam und sicher auf die 1000 Abonnenten zu steuern. Und ich verspreche, dass wenn wir das schaffen, backe ich uns allen einen Kuchen. Also klickt mal schnell auf Abonnieren, aktiviert die Glocke, um die Benachrichtigung zu aktivieren und schreibt mir dann in die Kommentare, welchen Kuchen ich so backen soll. Ich verspreche, dass ich das dann auch tatsächlich versuche. Na, wenn das mal nicht nach hinten losgeht. Vielleicht bekomme ich aber auch dabei Support von unserem Sponsor Fotokoch, der auch diese Folge wieder unterstützt. Bis zum 2. Juni bekommt ihr bei Fotokoch ein gratis Lenspen dazu, wenn ihr ein lieferbares Objektiv für mindestens 199 Euro kauft. Ich persönlich benutze die echt gerne, um Staub und Schmier von Objektiven zu bekommen. Falls ihr in den nächsten Tagen also sowieso bei einer der aktuellen Herstelleraktionen von Canon, Nikon und Sony zuschlagen wollt, dann könnt ihr euch hier noch eine kostenlose Zugabe sichern. Starten wir aber jetzt in die erste News. Die EOS R5 Mark II von Canon wurde offenbar erstmals in freier Wildbahn gesichtet. Die Seite Canon Rumors hat in den letzten Tagen viele neue Hinweise zur neuen Canon Kamera veröffentlicht, unter anderem zum Preis und zu neuen Spezifikationen. Und wie sich jetzt herausstellt, hat die EOS R5 Mark II den inneren Kreis der Tester verlassen und befindet sich jetzt wohl schon in den Händen verschiedener Fotografen und Händler. Das Team von Canon Rumors hat die Kamera wohl auch schon selbst gesehen. Zum aktuellen Zeitpunkt darf man aber wohl noch keine Bilder oder eine genaue Liste zu den Specs mitteilen. Gerüchte gibt es trotzdem, die da lauten. Der Preis soll bei 3.999 US-Dollar liegen. Das wären 100 Dollar mehr als noch bei der Vorgängerin. Hierzulande lag die UVP der aktuellen EOS R5 bei 4.499 Euro. Wenn wir die Preise also übertragen, dann könnte die R5 Mark II bei uns dann 4.599 Euro kosten. Dazu soll die Kamera mit einem 45 Megapixel starken, rückseitig beleuchteten Stack-Sensor arbeiten und es auf eine Serienbildgeschwindigkeit von 30 Bildern pro Sekunde schaffen. Auch noch spannend, die Autofokus-Steuerung per Augenerkennung. Man guckt also Motiv an und das wird dann fokussiert. Die gäbe es schon in der EOS R3 und das soll jetzt auch in der EOS R5 Mark II mit von der Partie sein. Canon soll wohl auch einen besonderen Wert auf bessere Lösungen zur Kühlung legen. So soll es zwei neue Öffnungen für die Belüftung geben im Gehäuse und auch einen externen Kühlgriff mit weiteren Belüftungsschlitzen soll Canon anbieten. Daher geht man auch aktuell davon aus, dass es dieses Jahr keine neue EOS R5C geben wird und weil wir ja auch das Jahr 2024 haben, ist zu guter Letzt auch noch von neuen KI-Funktionen die Rede. Kurzer Reminder, nachdem Canon ja zuletzt die Golf-Kamera vorgestellt hat, geht man aktuell von einer Vorstellung im Juli aus. Ich bin echt gespannt. Noch vor der EOS R5 Mark II könnte Nikon die Z6 III vorstellen. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass die Kamera zwischenzeitlich ja schon namentlich auf einer offiziellen Nikon-Webseite aufgetaucht war. Die Seite Nikon Rumors konkretisiert das Datum jetzt für eine mögliche Vorstellung zwischen dem 10. und 12. Juni dieses Jahres. Das sind nicht viele Infos, fassen wir also die möglichen Spezifikationen noch einmal zusammen. Bisher ist noch nicht allzu viel bekannt, aber es soll einen neuen elektronischen Sucher mit 5,76 Millionen Bildpunkten geben. Ein 5-Achsen-Bildstabli soll zudem 7- bis 8-Blendenstufen längere Belichtungszeiten ermöglichen und die Serienbildgeschwindigkeit könnten bei 20 Bildern pro Sekunde mit elektronischem Verschluss liegen. Videotechnisch soll es 6K bei 60 Bildern pro Sekunde in NRAW geben, 4K mit 120 BPS und Full-HD mit 240 Bildern pro Sekunde. Also Nikon-Fans, viel mehr Infos habe ich leider nicht für euch, bleibt aber dafür umso spannender. Spannend und Nikon sind schon die richtigen Stichworte für unsere dritte News, denn Panasonic nutzte allem Anschein nach Bilder einer Nikon-Kamera, um seine neue Lumix S9 zu bewerben. Und damit meine ich nicht, dass Produktbilder der kompakten Kamera mit einer Nikon-Kamera aufgenommen wurden, sondern ein Bild von einem Hund, das Panasonic als Beispiel für die Echtzeiterkennung von Motiven des Autofokus der S9 nutzte. Das soll von einer Nikon-Kamera standen. Wie wenige Internetnutzer nämlich herausfinden konnten, handelt es sich dabei um ein Stockfoto der Seite Shutterstock, das eben von einer Nikon-Kamera aufgenommen wurde. Auch die Tiererkennung des Autofokus bewarb Panasonic vorerst mit zwei Fotos, die ebenfalls von einer Nikon-Kamera standen. Zugegeben, Panasonic hat auch nie behauptet, dass die entsprechenden Fotos mit der S9 aufgenommen wurden. Wer über Beispielfotos für bestimmte Funktionen auf der offiziellen Produktseite des Herstellers sieht, der denkt wahrscheinlich, dass die dann auch damit aufgenommen wurden. Kritisch ist dieses Vorgehen vor allem aus dem Grund, da die Bilder bewegte Motive zeigen. Die S9 verfügt ja nur über einen elektronischen Verschluss, und so könnte es ganz gut sein, dass die neue Kamera bei derartigen Fotos dann doch mit ein paar Rolling Shutter-Effekten zu kämpfen hat. Ist das vielleicht ein Grund, warum Panasonic fremde Fotos verwendet? Wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall hat Panasonic die Bilder inzwischen von der Produktseite, von der Herstellerseite genommen und in einem offiziellen Statement auch darauf reagiert. Darin geht man zu, lizenzierte Bilder eines Fotodienstes verwendet zu haben und die entsprechenden Hinweise ungünstig platziert zu haben. Die findige Foto-Community im Netz hat übrigens noch weitere fremde Stockfotos auf Panasonic-Seiten gefunden, etwa beim Werbematerial für ein 12-32mm Zoom-Objektiv für Micro Four Thirds. Dessen Beispielbild stammt von der Seite Deposit-Fotos und wurde mit der Canon Airs 5DS, der Air und einem Tamron 150-600mm G2 aufgenommen. Dass das 12-32mm eine derartige Freistellung ermöglicht, ist bei genauem Hinschauen auch eher unwahrscheinlich. Aber nun gut, reiten wir nicht weiter darauf rum. Aber was haltet ihr von derartigen Praktiken? Blöde versehen oder ist das schon ein Täuschungsversuch für euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bei News Nummer 4 kann ich mich jetzt kurz halten, denn der Fotograf Joshua Holku hat in einem Podcast erwähnt, dass er bereits verschiedene Spezifikationen der EOS R1 kennt und erwähnte dann, dass die Auflösung der Kamera bei 24 Megapixeln liegen soll. Das ist insofern kurios, als dass die EOS R1 eigentlich eher als Gegenstück zu Kameras wie der Sony A1 und der Nikon Z9 gehandelt wird und die bieten mit 50 Megapixeln Sony und 45 Megapixeln Nikon deutlich höhere Auflösungen. Bewahrtet sich diese Podcast-Info, dann würde Canon nicht einmal über die Auflösung der EOS R3 hinwegkommen, die ebenfalls mit 24 Megapixeln arbeitet. In seiner News macht Marc die Frage auf, ob eine solche Auflösung für die Einsatzzwecke der neuen EOS R1 nicht sogar ausreicht. Die Canon 3 von Sony, die ja vor allem für Sport und Tierfotografie entwickelt wurde, löst ja auch nur in 24,9 Megapixeln auf. Joshua Holku, der Informant aus dem Podcast, beantwortet diese Frage mit Ja und scheint sich also nicht an der Auflösung zu stören. Und übrigens, neue Bilder zeigen endlich auch die Rückseite der EOS R1. Hier sehen wir viele Knöpfe und ein zur Seite ausklappbares Display und ein wirklich gemütlich wirkendes Okular für den elektronischen Sucher. Weniger gemütlich, und das ist natürlich kein Problem, für das nächste Woche für das Fotografiksteam, denn es stehen einige Launches an. Diese Folge von Fotografik's News will ich daher mit einer kleinen Preview beenden. Für den 3. Juni hat Sigma eine Präsentation angekündigt und es ist jetzt schon relativ klar, dass es sich dabei um das neue 28-45mm f1.8 handeln wird. Äh, 8? 8. Ein Bild des Objektivs ist ebenfalls schon im Netz aufgetaucht. Schaltet gerade auf YouTube zu, habe ich es euch einmal eingeblendet. Am 5. Juni findet dann noch eine Canon Cinema Präsentation statt. Diese wurde ebenfalls schon offiziell angekündigt und es könnte sein, dass es sich hier um die Nachfolgerin der EOS C70, also um die EOS C70 Mark II handelt. Videografen sollten sich das also rot im Kalender markieren. Ebenfalls am 5. gibt es noch ein Gerücht zu einer weiteren Panasonic-Präsentation. Angeblich soll es da keine L-Mount-Kamera geben, also vielleicht was Neues für Micro Four Thirds oder doch eine Kompaktkamera. Fotografik's News geht damit zu Ende, aber keine Sorge, nur für diese Woche. Die zwei bis drei Ankündigungen besprechen wir also nächste Woche noch einmal genauer und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und denkt dran, 1000 Abos und ich backe einen Wunschkuchen. Ich drücke die Daumen, dass es klappt und heize schon mal meinen Backofen vor. Liebe Grüße, danke fürs Zuschauen und auf Wiederhören.